Dieses zu veräußernde 44 Zimmer Einfamilienhaus steht im Kreis Märkisch-Oderland. 1999 wurde dieses Zwei-Etagen-Haus erbaut. Das Gebäude verfügt über zwei Parkplätze. Es hat zwei Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 837 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 104 Quadratmetern. Das Haus hat einen Kaufpreis von 133.300 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.